Wir haben uns heute gemeinsam versammelt für ein extremes Force-Battle. Drei Zweierteams werden gegeneinander antreten in einer Auswahl von nur schwierigen Monstern und schwierigen Items. Die ganz leichten Sachen wurden alle gestrichen und wir werden uns heute zwei Stunden lang wahrscheinlich ein bisschen quälen. Und ihr habt es euch gewünscht, wir werden das allererste Mal die Teams auslosen. Wir haben den Team-Randomizer, der halt... Der Werfer. Es ist nur ein Dispenser mit einem Button. Oh mein Gott. Und wir werden zum ersten Mal vielleicht komplett neue Teams sehen. Solltet euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da. Schaut bei allen Kanälen vorbei. Und wer möchte anfangen? Wer möchte als allererstes seinen Teampartner erklicken? Ich. For real? Fabo. Fabo, dein Teammate ist... Nein. Wer? Wer ist es? Hallo? Was? Wer ist es? Kommt da! Was ist das? Wer ist es? Ey, wenn wir jetzt mal natürlichen kriegen, ich hab alles gepasst. Was ist los jetzt? Nein! Gib doch! Nein! Mein Bein, Fabo. Ah! Hugo, möchtest du als nächstes? Ich mach. Ich mach. Du Wichser. Du Wichser. Oh nein. Oh nein. Ich habe eine Schlimme. Ich habe eine Schlimme. Ich habe eine Schlimme. Ich habe eine Schlimme. Ja! Wir? Wir? Yippie! Oh, yippie! Hugo und Feister, Bildenteam Nummer zwei. Dementsprechend gibt es mal wieder Team Zickzack in einem Force Battle Vereins. Und damit starten wir in das zwei Stunden lange Extrem Force Battle. Es geht auf in drei, zwei, drei, zwei, eins. Let's go! All right. Weni, es... Hast du zwei Joker? Sorry. Ich hab zwei. Du hast einen. Oh, es geht los! Okay, es geht los! Okay, okay, okay. Spor bloßum. Ähm, boah, wir brauchen eine Lush Cave, right? Stark wichtiger. Gut, dass du uns erkannt hast. Guck dir direkt nach diesem Baum. Dieser eine Baum. Kennst du den? Achso, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo das Bro... Hey, 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 look! Melonscheibe! Da hinten ist Dschungel! Ähm, was ist Leinstein, Bro? Ich kenn... Ich kenn... Das ist... Wir müssen da... Wir müssen... Das... Das baut man aus einem Netherriding geht. Wir haben die extreme Force Battle Variante. Das bedeutet, okay, eine Dschungeltür ist jetzt nicht das extremste Item aller Zeiten, aber ihr werdet im Verlauf des Battles sehen, hier kommen auf jeden Fall große Brocken. Und zwar Sachen, die uns vermutlich immer wieder ein bisschen Zeit kosten werden. Uns vor allem dazu führen, dass wir auf jeden Fall ordentlich laufen müssen, ordentlich, ähm, naja, erkunden und auch ein bisschen Glück haben müssen. Aber mit Vedi an meiner Seite, also Retalk, der Team Randomizer wollte es wieder haben. Nachdem wir dominant das 1-8-Battle auch gewonnen haben, will ich hier heute wieder Top-Leistungen sehen. Das letzte Battle haben wir gefressen, Basti. Also, mal ernsthaft, das war... War richtig krass. Das war ernsthaft gut. Und ich sag dir ehrlich, da kamen schon ein paar Kommentare. Macht die Teams doch mal ein bisschen ausgeglichener. Was soll ich halt machen, Leute? Wir haben zum ersten Mal in der Challenge zusammen geteamt, by the way, in dem, ne? Ja, das stimmt. Tatsächlich. Also, wir tryharden richtig wichtiger. Wir werden komplett alle in den Boden stampfen. Wir haben noch nie... Haben wir schon mal in der Basti-Challenge geteamt? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Also, ich kann mich nicht erinnern, okay? Und deswegen... Ja, das auch nicht. Aber ich glaube, es ist schon mal passiert. Basti hat gesagt, das sind nur solche Extreme-Items. Wir kriegen nicht so einfache. Wo können wir den finden? In Bastions oder wie? In Bastions. In der Bridge-Bastion findet man den hundertprozentig. Der ist da in der Kiste oder verbaut. Ich glaube, in der Kiste. Hast du Cherry Planks zufällig in der Nähe irgendwo? Noch nicht. Und ihr seht auch eine kleine Änderung. Wir sehen immer das nächste Item danach. Vini. Oh, stimmt. End zum Durchspielen. Ich sage dir ehrlich, wie fit fühlst du dich zum Durchspielen? Es sind viele End-Items drin. Das zu skippen, ist vielleicht gar nicht mal so schlau. Es ist halt die Version, ne? Also, es wird nicht so schnell gehen, hier durchspielen. Aber ich kann es machen auf jeden Fall. Ich meine, wir können... Also, ich kann dir halt helfen. Musst du, glaube ich, auch. Also, ich glaube, wir müssen es nicht zu zweit angehen. Also, ich hätte jetzt auch nichts anderes vor. Aber... Aber ich muss jetzt hier nicht nebenbei noch ein Haus bauen. Aber könnte ich auch mal machen. Aber erst mal Schmiede. Boah, zwei Dias. Apfel. Brot. Okay, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich würde einfach sagen, lass mich das Cherry-Ding jetzt nebenbei mal ein bisschen suchen. Und dann kümmere du dich meinetwegen jetzt schon um Operation Nether so ein bisschen. Denn es kommen auf jeden Fall noch andere Brocken. Und mit Brocken rede ich halt wirklich... Also, wir haben hier nicht nur Items. Wir haben auch Monster drin. Wir haben Wither drin. Wir haben andere End-Bosse. Das kann auf jeden Fall ein bisschen interessant werden. Yippie. Wie meinst du? Ja. Das ist kein Hamster. Du meinst, oh. Melon Slice, du bist der Beste. Da bin ich Hugo. Habe, blaue Kerze. Digga, du warst die ganze Zeit im Jogger, hast keine Melone gefunden. Ich habe vergessen, dass wir das machen müssen. Was? Ich war schon bei Lightstein. Ich hoffe, dass ich erst mal Cherry-Holz finde. Und auch noch eine andere, weitere Änderung. Wir haben Keep Inventory an. Einfach nur aus dem simplen Grund. Sollte jemand sterben und sein ganzes Zeug sollte ein Lava verbrennen, kann es vielleicht sein, dass gerade bei so einem Battle, wenn es um sehr schwierige Items geht, dass die Leute halt die Lust verlieren. Und ja, es ist halt, ich glaube, so besser. Aber ich suche jetzt trotzdem erst mal diesen Baum. Ja, same. Wir müssen erst mal hier ein bisschen Progress machen, ja. Also, Netherite-Block ist halt auch krass, ne. Das haben nicht alle die gleichen Items, ne? Nee. Digga, der Veni. Ja, grüß die Fing. Ich habe mir geklostet. Oh, ist der Veni bei dir? Der Veni ist bei mir. Grüß die Kugel. Oh, nein. Ich komme nicht mehr. Nein, nein. Könnte ich sehen, oder? Oh, grüß sie. Nein, nein, nein. Ganz sauer. Oh, jetzt hier Lore. Oh, Name-Tag und alles, Digga. Das ist krass. Ich nehme die Lore auch mit. Oh, noch eine, noch eine, noch eine. Oh mein Gott, come on. Oh, so ein P-Gap wäre krass. Oh, Eisenspitzhacke. Geil, nehme ich mit. Und vor allem haben wir auch noch andere interessante Team-Konstellationen. Also, Feister mit Hugo auch eine ganz besondere Sache. Farbe mit Wichtiger stelle ich mir auch chaotisch vor, aber auch sehr stark. Also, man darf echt nicht vergessen, alle Spieler hier haben was drauf. Und auch wenn Veni ein begnadeter Speedrunner ist, die 1.21 ist halt auch eine Version, die du nicht so viel spielst. Also, Speedrun hier kann man halt nicht wirklich Speedrun nennen. Was halt auch viel an der Version liegt, deswegen spiele ich die auch gar nicht, ne? Mhm. So. Du hast ja letztens das Problem eben, wie du schon gesagt hast, mit den Perlen, ne? Ja. Dass du die nicht einfach so durch Bastions bekommst, weil es gibt die Routen nicht und es gibt auch die Trade-Rates nicht. Und deswegen musst du da einen anderen Weg finden. Und Netta ist auch schwieriger, alles zu locaten, weil du halt mehr Fog hast. Den hast du halt in den alten Versionen nicht so. Äh, ich geb's dir da, ciao. Äh, ja, leg mir mal ein Eimer rein damit jetzt, damit ich auch machen kann. Äh, ich seh Hugo hier unter mir. Ich glaub, der wird auch kein Portal gießt. Ich geh jetzt mal zu dem. Ist PvP an? PvP ist an, ja. Aber... Äh, äh, äh. Ach, man hat ein Portal für mich gegossen. Das find ich sehr nett von ihm. Wow. Okay, ich hab ein Dorf. Ich hab ein Dorf und ich glaube, ich werd wirklich, ähm, Plan Looting machen. Ich glaube, das ist, äh, ein Way to go. Hast du Zuckerrohr bei dir in der Nähe? Äh, nein, ich bin im Nether. Okay, pass, pass, pass. Dann kann ich dir nicht helfen. Du bist unser Nether-Spieler. Unser Endspieler. Ich, äh, spiel den Support. Ich werd dich füttern mit hoffentlich guten Sachen. Durch halt meine sehr vertrauenswürdigen Villager, die mir natürlich direkt Looting 3 geben werden. Lass skippen. Ja, Mann. Mach ich. Ja, Mann. Dicker. Real Talk, ich sag Skip Item, Netherite Block, Beacon und... Ja, so Abfack-Sachen einfach. Ja, so... Nicht mal so nervige Sachen, sondern so richtig nervige Sachen, weißt du? Ja. Da müssen wir noch so krasser differenzieren, sag ich. Differenzieren, Ian, Ian. Hast du gemerkt, ich hab gerade eine richtig krass Woppe in uns. Boah, das war echt krank. Yo, Feisty, wie sieht's bei dir aus? Yo, ähm, ich fahre mir grad ein bisschen Essen zusammen und dann komm ich auch in den Nether. Wie sieht's bei dir aus, Bro? Ja. Ja. Oh mein Gott, hier ist jedes Holz wichtiger. Boah, dann nimm Mangrove mit, weil ich glaube, nur Mangrove kommt ran. Cherry auch wahrscheinlich, Dschungel auch, Akazier auch. Aber so, ich sag so, Birke, Oak, Dark Oak kommt nicht ran, sag ich. Aber ich hab alles, ich nehm einfach alles mit. Ja, okay, dann mach er, ey, Real Talk mach er. Einfach auf safe, einfach auf safe. Ja, ja, safe, safe. Ich hab nen Dschungel-Tempel, soll ich den mitnehmen? Safe. Okay, dann mach ich das. Kann auch dir das drin sein, mit Glück. Vini, drück mir die Daumen, bitte. Ja, mach ich. Warum ich find... Ich hab einen! Ja, Wabi! Und nur, weil ich das Holz mitnehmen wollte. Ist das gebaut oder ist das vom Nether einfach? Ja, schreib das in die Kommentare. Schreib das in die Kommentare. Ich frag mich eigentlich, ob das jemand gemacht hat oder ob das schon vom Nether ist. Ich weiß es nicht! Oh, drei Diamanten aus dem Dschungel-Tempel ist krass. Wichtig, wichtig. Bro, hä? Boah, ich bin wirklich aber auch sehr, sehr gespannt zu sehen, wie viele Items hier gesammelt werden. Also, wie viel die... Also, was hier der Highscore am Ende sein wird. Ich glaube, wenn du halt 15 Sachen oder so schaffst, dann ist das halt krass. Verglichen mit den anderen Battles, die wir sonst manchmal spielen, ist das halt... Also, wäre das auf jeden Fall nicht viel. Mach ich sicher. Und... Ich hab's! Okay, wait, wait, wait. Strip der Karten. Oh mein Gott. Ich mach das direkt. Ich hab's. Nee, doch nicht. Aber wo gehst du das Nächste? Warte, ich mach. Oh mein Gott. Schalker-Box. Melan-Seats hab ich, aber Schalker-Box halt nicht, ne? Oh mein Gott. Äh, boah, vielleicht ein Skip, weil wir das dann sogar bekommen. Ich hab, glaub ich, ne Bridgey. Ich glaub, das ist ne Bridgey. Ja, ja, da wurde... Ja, das Brückending. Da ist ne Brücke. Oh, das ist schwer zu erklären. Die Sache ist, du musst in die Bridge rein. Also, der Block steht da irgendwo. Nee, nee, der steht nicht. Der ist in der Kiste. Ich glaube, es wird nicht noch ne Schalker-Box infa... Obwohl, selbst dann... Ich sag, es gibt wichtiger. Vertrau einfach. Das ist krass. Vertrau einfach. Ich hab die ganzen Items, ne? Boah, ich hab die ganzen Items. Cool, Backpack. Ja, ja, ja. Äh, Melan-Seats haben wir doch auch, oder? Ich hab. Okay, ich hab Kiste. Minecraft, boom, Quarz, passt. Okay, ich geh natter, ich geh natter. Check, also da, wo die Goldblöcke sind, musst du nicht hin. Also, du musst nicht diese Brücke entlang gehen. Okay, ich bin jetzt da hingegangen. Du musst... Du musst auf die andere Seite... Ich nehm einfach mit, das können wir ja gebrauchen. Warte mal, ich zeichne dir Legend kurz ein, wo das ist. Bruder, was ist denn Lama, Bro? Boah, das macht mir jetzt echt grad ein bisschen Angst, ne? Ja, aber guck mal, was jetzt alles kommt. So Quarz, Kohle, Melon-Ding. Boah, ich hab direkt eine Bastion. Und Quarz hab ich auch. Ich baue ab. Acht Stück brauch ich, weil ich glaube, Quarz... Wait, nee, Briggs. Hab ich Silk Touch? Nee, ich sparte. Ich glaub, dass so Deep Slate Cola und so ein Scheiß auch kommen könnte, ne? Guck mal, du bist grad hier. Der rote Punkt. Bei den Goldblöcken. Ja, oh mein Gott, ja. Du musst hier lang. Hier im linken Flügel musst du nach einer Kiste suchen. Wenn du hier lang gelaufen bist. Links lang und da so lang. Und da irgendwo, da hoch. Und dann musst du... Das ist halt so ganz viel. Da musst du ein bisschen rumgraben, bis du so einen kleinen Kisten lang erfittest. Es ist eher in diesem Bereich hier. Ich glaub, das ist over, Bro. Hier ist nix. Wie? Nein, 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 nein. Da ist was. Also oben ist nix. Du musst da, da, doch, da, da musst du jetzt die Treppe da runter gehen. Da, wo du... Runter? Du meintest hoch? Oh? Nee, die Chats hab ich schon. Oh, ich überlege, ob ich echt zur Bastion gleich hingehe, ne? Na, wir gucken erst mal. Ich mach erst mal Stone Cutter. Zack. Und jetzt lege ich den Quarzblock hier rein und mach einen Quarzbrick. Da, zack. Let's go. Die Sache ist halt, wir sind so kurz davor, wir können das jetzt eh nicht mehr skipen. Ab, ab, ab! Ja, geil! Oh mein Gott, huge! Der hat noch nie die Kiste gesehen. What the fuck? Okay, ich spring mich um einfach jetzt, oder? Ja, ich spring mich auch um. Geil, huge! Was geht bei denen ab? Das ist ja eine gute Frage. Hugo war vor allem gerade neben mir. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Okay, ich hab Looting 2 für 16. Top. Jetzt brauch ich nur... Das ist nebenbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, hallo! Oh, wir brauchen Bienen, oder? Ja, lass dich hier in der Nähe vom Spawn gucken. Guck mal, hier sind Bienen. Wir können kurz mal schauen... Ja, guck mal, guck mal, wir können kurz checken, wie der Stand hier ist jetzt. Honey Level 1. Was muss es sein für Level? Äh, ich glaub drei oder vier. Aber wenn die jetzt die ganze Zeit da reinfliegen, dann könnte das recht schnell gehen. Lass kurz Blumen farmen, damit wir die die ganze Zeit daneben platzieren können, damit die nicht weit fliegen müssen. Ah, die klauen von den Blumen und geben dann der Nest. Ja, sozusagen. Alright, Winniecraft, ich hatte jetzt schon mal ein Looting 2 Buch. Ja. Wenn du das auf dem Schwert machst, ich bin noch im Warped Forest, weil ich bin ja gerade immer noch auf der Suche nach der Festung. Ich mache dir ein Eisenschwert, ja? Mehr ist nicht im Angebot. Ich weiß jetzt zumindest, wo die Festung ist. Das konnte ich jetzt eingrenzen, weil ich jetzt in allen Quote und zwar aus dem anderen. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich da hin travelen kann, also... Es liegt. Entweder kill ich die Endermen zuerst. Ich glaube, ich kill die zuerst, weil ich bin jetzt auch im Warped. Das macht wirklich mehr Sinn. Und ich töte den Villager. Boah, also das ist jetzt auch hart, aber ich glaube, es ist schlau. Neue Kiste. Oh, keine leider. Okay, ich habe alles mitgenommen hier aus der Blutsch-Cave. Da oben ist auch ein Mind-Cheft. Ich gehe in den Mind-Cheft und suche dir Amor. Ja, ja, mach Mind-Cheft. Ja, ja, genau, genau. Erster Enderman. Erste Perle. Ich töte den Villager, damit den hier keiner bekommt. Und ich trade dir auch nochmal nur für den... Ja doch, das mache ich. Ich trade dir Fein und Bogen, damit du einfach easy runterspielen kannst. Okay, Kiste, Kiste, Kiste. Oh, nochmal eine Goldene und einen Sattel. Come on, auch eine Eisenfarbe. Ich habe alles außer dir. Oh mein Gott. Alright, dann mache ich mich auf die Reise. Es geht natürlich eigentlich um Cherry Planks. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum macht ihr denn nicht Looting und so weiter? Wir haben jetzt auch die Vorschau Endstone Bricks. Das ist halt danach gefordert. Und ihr wisst selber, wo wir die herbekommen. Aber wenn Veni jetzt sich halt um alle End-Sachen kümmert, Schalker ranholt, Endstone, dann ist das auf jeden Fall auch schon mal sehr viel wert. Wie breed ich die? Blumies. Wie essen die? Oh, direkt Kinder. Ein bisschen Arbeit. Jiffi. Das steht Honey Level. Honey Level 3. Oh, okay, dann hole ich dir schon mal Eisen. Brauche ich Schere? Ja, ich hole dir Eisen ran. Ja, ich glaube, ich muss auch eine Festung suchen. Anders kann ich es nicht. Weißt du? Oder Pyramiden halt. Ja, oder? Ja, sowas. Ich würde sagen, du musst Pyramiden eigentlich absuchen. Ja, ich muss sowieso... Ich glaube, da war sogar eine Wüste. Ja, ja. Mach mal, mach mal, mach mal. Und vor allem Looting 2 ist auch richtig gut, falls wir... Hüter-Skeletten-Köpfe. Und auch für die Blazers. Das ist super praktisch. Stand ist eigentlich, by the way, 8 Perrin, ja? Ja. Ja, toll. Wir mit 22 Perrin. Ich lass gut zum Nütz. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich jetzt nicht Looting 3 gemacht habe. Ja. Sie arbeitet nicht, das macht mich so sauer. Wissenwüste, wenn da eine war. Ich weiß nicht. Ja. Und ich suche noch eine Festung und dann kriegen wir das easy hin, glaube ich. Die ersten 25% sind jetzt rum. Aber wir fangen jetzt erst auch langsam an zu kochen. Vertraut uns, Leute. Das wird so gut ausgehen. Alright, ich gehe in den Nether und bin... Zeig mal deine Quartz auch gleich, ne? Ähm, 350 und 200 bin ich. Oh, Festung! Jawohl, wichtiger Kumpus. Das ist sehr gut. Jetzt machst du es fertig. Okay, ich gehe da hoch und loote und dann... Oh mein Gott. Ey, du checkst das nicht, ne? Ich habe drei Diamanten in der Kiste. Eine Gold-Scheids-Plate und zweimal Iron-Armor. Das ist crazy. Also diese Iron-Eisen-Pferde. Okay, noch eine Kiste. Komm mal, bitte, 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 bitte. Du holst das, wichtiger. Denn es geht immer weiter. Nein, schon wieder nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Oh, schon wieder Gold. Noch eine Kiste. Komm mal, bitte, bitte. Ey, man könnte auch ein Sniffer-Eck-Kling. Nein, das kann nicht sein, Fabo. Ich habe nochmal drei Dias und nochmal beide Rüstungen und kein Dias. Das ist crazy. Bro, wir haben elf Dias. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, meinst du? Oh, hab... Muss ich nur beschwören. Alles eins. Einstein, halt deine Fresse. Oh mein fucking Gott, Bro. Wollen wir drauf gambeln? Wollen wir einfach alle End-Items skippen? Ja, ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Op-Gold-Apfel, Digga, das ist crazy. Hast du Op-Gold-Apfel? Ja. Oh, huge. Oh mein Gott, ich habe einen Dschungel-Tempel. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann da nicht drin sein. Habe ich auch das Gefühl. Naja, was macht man da jetzt? Ich gehe halt aber rein. Ein Dia. Armour-Temp. Nochmal ein Dia. Und Gold. Wir haben so viele Dias. Ich habe noch eine Festung, Bro. Ich habe so viel Glück gerade. Der F-H-Bus läuft, ne? Ja, ist gut. Weiter. Ich habe eine Festung. Oh mein Gott, Vini, danke. Ich auch. Das gibt es nicht. Hab eine Kiste. Hab es noch nicht. Nehmen. Lol. Kiste. 3, 2, 3, 2, 1. Oh mein Gott, Alter. Vini, ganz ehrlich, zeitmäßig nicht super krass, aber wir holen das alles auf. Das ist auch das Geile. Wir wollen es auch ein bisschen schwierig haben, dass sich alles perfekt nach Plan läuft. Ich spawne jetzt in einem Cherry Blossom. Äh, in einem Cherry. Ja, moin. Ich bin wieder bei den Eisbergen. Ich komme gerade nicht drauf klar, ne? Ich finde keine Kisten mehr. Okay, ab Kiste, ab Kiste. Oh mein Gott, bitte gib es mir einfach jetzt. Junge, zwei Golden, ich fass es nicht. Digga, ich habe das Smithing-Template von der Festung und drei Dias und eine Gold-Armor vor einer Dia-Armor. Das ist halt verrückt wichtiger. Ich habe alles. Real talk, ich habe alles, Fabo. Ich habe legit alles, außer die Dia-Armor aus den Kisten bisher gezogen. Digga, die sind der festen Überzeugung, dass das funktioniert. Was? Ja, dass wir einfach Knochen-Wähl bei Plays-Wähl machen können. Ja, keine Ahnung. Wenn du Knochen hast, dann mach. Ja, wie? Also, du weißt es nicht. Ich bin jetzt nicht. Ich bin nicht Cars Crafter, Bro. Ja, ich dachte. Dann mach das einfach mal. Ich war auf Erzeugung nicht. Blaze-Rots liegen drei Stück. Ich trapple einfach straight durch den Stronghold, ja? Ja, einfach. Ich spiele das einfach schön clean runter. So. Es liegen noch mal weitere sieben Blaze-Rots im Backpack. Spielen sie, das ist mehr als genug drin. Spielen sie ganz entspannt Minecraft durch. Und Basti, ähm... Ja, Basti braucht jetzt eigentlich Obsidian, um jetzt hier irgendwo nochmal weiter raus zu traveln. Ich probiere noch hier unten. Wenn da nichts ist wichtiger, dann gehe ich zurück. Ja, ich versuche auch noch. Und dann bei mir ist es auch dann... Brot. Nee. Sattelwarzen. Ja, perfekt. Hier in der... Ich habe auch nochmal sehen, ob sie den so gefunden. In der Kiste. Ja, haben oder nicht haben was. Ja, Retalk ist vielleicht gar nicht... Wir werden es häufiger noch brauchen. Ich gehe jetzt raus aus dem Nether. Bitte jetzt nochmal. Was Gutes. Ja, es ist ein Plains. Ein Plains nämlich doch... Ich habe Chariot! Oh mein Gott, Media. Oh mein Gott. Endlich. Das heißt, du kannst dich dann direkt, wenn ich das habe, an das nächste anmachen, ne? Ja, genau das mache ich. Sehr gut. Ich habe hier auch bei der Weh, neben den Cherries ein Dorf und ich sehe nur eine Schmiede. Das einzige Gebäude, was ich sehe. Das ist big. Die zweite Stunde mit uns gehören wenig. Ich bin bereit. Egal, welches Item als nächstes kommen wird. Basti, die GAG ist ready, um es sich zu holen. Während sich wenig jetzt gleich um den Enderdrachen kümmern wird. Boom. Let's go. Strip Dark Oaklock. Soll ich mehr Chariot mitnehmen? Ich baue ein bisschen was abzusichert. Ja, bitte mach mal. Dark Oak. Ja, gut. Kriege ich organisiert. Ich sehe Dark Oak. Ich habe Dark Oak aus einem Pillager Outpost. Ich habe das Cherriesboot einfach hier mal reingebaut, oder? Sehr gut. Vini, it's your time to Minecraft durchspielen. Du musst ja nicht mal den Drachen erfolgreich besiegen. Wir brauchen nur Endstone. Soll ich die Schmiede hier aber noch mitnehmen? Ja, oder? Ja, mach schnell. Ey, Retalk. Ich bin der Meinung, du musst das finden. Ja, ich sage, ich bin kurz davor. Ich rieche schon dran. Ich hätte einfach nebenbei Dings machen sollen. End. Na, auf keinen Fall. Wo der End wäre... Bro, da wäre ich jetzt schon fertig. Retalk. Ach, stimmt. Wir müssen nicht mal den Enderdrachen besiegen. Ja. By the way, wenn du an der Overworld bist, kill immer Creeper für Looting, wegen Gunpowder für Raketen dann. Ja, wird getauscht. Ich habe drei Dears aber noch mal. Ich lege die auch mal rein, ja? Ja, leg mal rein. Ich suche jetzt auch noch mal eine Festung. Ja, anders geht es nicht. Ey, so dumm ist sich anhört, vielleicht skip. Ich sehe bei den anderen auf jeden Fall auf Tab nicht so, dass da so viele Items rangeholt wurden bis dato. Da ist nix passiert bisher. Was ist das? 50% von Battle durch und nun ja. Die werden sich bestimmt alle gerade sehr krasse quippen. Mann. Was ist das für eine Scheiße? Festung Nummer 5. Ich fasse es nicht, ne? Einfach, die fünfte Festung. Digga, fünf Festungen, hä? Achtung, die Kiste ist es jetzt. Achtung. Oh mein Gott. Schon wieder Gold Horse Armor. Noch eine Kiste? Digga, ich habe drei Dears und Obsidian in der Kiste. Das will ich nur noch scannen, sage ich. Oh mein Gott. Wann wäre für dich die Zeit, dass wir das skippen? Bro, gar nicht. What the fuck? Ja, ich check. Aber wenn wir so bei... Wenn wir so bei einer Minute sind. Ja, dann wir. Ja, okay. Found it. Let's go. Und dann geht es darum, heute nochmal in 50 Minuten ordentlich viele Items ranzuholen. Jawoll. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Motivation im Team ist gerade da. Die ist da. Okay, okay, okay. Ich bin nur konzentriert auf der Portalsuche. Das war's. Wir wurden vom Minecraft besiegt, vom Randomizer einfach. Das ist so krank, ne? Chad hat schon Verstand verloren. Digga, die schreiben alle nur noch Skip und O7. Oh mein Gott, ich hab's was hier. Oh mein Gott. Let's go, Vini. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für eine Jagd gewesen? Der Arme ist einer der anstrengendsten Minecraft-Durchspielen-Parts aller Zeit für dich? Auf jeden Fall. Schnapp dir das Endstone! Oh mein Gott, let's go. Schalker. Schalker. Es hat sich alles gelohnt. Also wir haben direkt das Strip Dark Oak auch geschafft, Endstone Bricks auch. Jetzt Light Grey, Schalker und danach das Terrakotta. Willst du mir eine Bottle geben? Nur falls wir hier Drinks befrochen. Äh, hab ich jetzt nicht. Dann, ja, krieg ich jetzt nicht hin, ne. Ich hab ne Festung. Richtig, ja komm. Und jetzt pushen wir nochmal richtig. Bro, ich weiß nicht, ob ich pushen kann gerade. Es ist sehr hart gerade. Also wirklich, also. Doch. Ich, ähm. Oh, hörst du das? Hörst du das? Ja, ja, ja. Egal, die sterben beim Drachen. Ja, 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 klar. Ich muss jetzt die Enderpelle nutzen, sonst komm ich da nicht rüber zeitlich. Oh, die Enderpelle ist motiviert. Bin tot. Nee, bitte nicht. Ich skip. Enchantmentable ist wichtiger. Können wir machen, wir können alles machen. Ich mach. Ich hab zwei Obi wichtiger. Ich mach ein Backpack. Ich, ähm. Ich mach schon, alles gut. Ich crafte jetzt. Und da ist er. Item Frame geht wie? Ich glaube Leder und, äh, Sticks drum. Kill Creeper, Kill Creeper, Kill Creeper. Oh. Hast du noch das Ocean Monument? Ja, ich fahr zurück. Ich glaub, ich töte mich. Du's nicht, Basti, nein. Doch. Einmal taktisch ein Reset. Dann kümmere ich mich jetzt um, ähm. Dann geh ich jetzt in das Mesabiom. Und hol schon mal das Terracotta ran. Oh. So bitter ich was in meiner Nase. Witterst du? Ja. Ich rieche, das riecht Bluemilk gerade bei mir. Oh, 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 oh. Oh, Alter. Aber erst mal mach ich die Feuerrakete. Ja. Da ist sie. Great Terracotta. Easy, wie ich will. Oh, ich hab's doch mitgenommen, Bro. Das ist krass. Ähm, dann organisiere ich, äh, grauen Farbstoff und, ähm, eine Milch für dich. Okay, Block of Iron haben wir auch. Äh, ich hole, ähm, dann mach ich schon mal die Block of Iron fertig. Block of Iron ist fertig. Ach, das geht schnell. Ja, ja, ja. Ich hab halt gerade noch ein bisschen, ich hab noch, ich hab noch ein bisschen Planes hier. Die Sache ist, wenn ich das jetzt finde, ich werd so sauer, Bro. Ja, aber, Digga, ich bin ehrlich, das, wir finden das nicht. Wir werden, wenn ich das danach finde, geh ich auf. Äh, ich hab's, ich hab's, oh mein Gott, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Okay, es gibt... Ja, es gibt das Deadbush. Ähm, wir können noch, geh und spawnen. Da ist direkt ein Biom das Richtige. Und, boom. Tropenholz. Das ist alles, geh und spawn, Bro. Da ist alles. Ja, ich würde, ja, das würde ich auch gerne sagen. Ähm, ich nehm kurz, äh, noch ein paar Sachen hier mit. Ja, mach, nimm alle Blumen mit. Jede einzelne. Abin. Let's go. Drache down. So, White Terracotta. Einmal smelten. Wird vorbereitet. Wie sagt mir bitte, dass da eine NCT ist? Ich geh jetzt ran. So, gleich geh ich ran, so, ne? Ja, Spannungsbogen. Zweimal gehört. Real talk. Ich hab, by the way, ähm, Farbstoff. Okay, warte, dann, ich, ich leg weiß auch rein. Leg, mach du, mach du, mach du, mach du. Ich mach, ich mach, ich mach. Ich hab und ich crafte. Mach mal, mach, go, go, go. Achtung, doppelt Ding jetzt. Drei, zwei, eins. Skull in Skull. Musst du skippen, musst du skippen. Echt? Oder Ancient City. Boah, hast du eine? Lass kurz suchen, ganz kurz. Okay, ganz kurz aber nur. Ganz kurz, ja. A bag. So, Farbstoff ist ready. Sagen wir bitte, dass auch die Dings gleich ready ist. Ich hab ne. Oh mein Gott. Dicker, ist das gut. Ja, okay. Schiff. Dann, du hast Looting. Mach dein Ding. Du hast Looting, du hast Looting. Du musst mir geben. Ich hab's dir schon gegeben. Okay. Vollkommen egal. Wir haben drei Joker. Wir haben alle Joker. Basti, Basti. Ja. Hier sind zwei Cities mit zwei Schiffen. Come on, auf geht's. Jetzt, das ist, nachdem wir so viel Pech hatten, jetzt auch verdienen. Das ist es, das ist es. Ihr werdet jetzt 30 Minuten Traum-Gameplay sehen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ne rote Wüste. Mit Schere, ne? Geil. Schere. Drei, zwei, zehn, eins. Und boom. Geil. Geil. Mach ich direkt. Soll ich kurz einen Stonecutter machen? Ich kann einfach braten, oder? Obwohl, ich glaub, nee, 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 das musst du nur zusammen craften. Du brauchst nur vier Sandsteine, stimmt. Ja, ja. Das sollte, oh, nee, nee, Pech-Math. Netherite-Block, willst du mich f***en? Oh, ja, aber das ist halt ein easy Skip, weil wir haben jetzt halt noch zwei, das ist gut. Ich geb dir drei Wasserflaschen. Du brauchst vier, ne? Ähm, nee, ich kann ja selber, ich hab ja selber hier Wasser. Ja, dann kannst du gar nicht Netherite-Block skippen. So, boom. Oh, ich hab gar nicht so viel gebracht. Ich sag, call, wir werden erster, 100%. Boom, hab Pech-Math. Oranges Glas, ich skipp, boom. Oh mein Gott. Ender-Math. Ich mach das aus der Tulpe. Ich geh, ich geh, ich geh Ender-Perlen-Farm, mach du Dings. Wenn du willst, leg mir die Shells direkt einfach rein, ich mach halt alles. Ups. Ah, ist drin. Danke. Schalker. Oh mein Gott, das ist so gut. Wird gecraftet. White-Glass-Terrakotta auch weg. Ähm, jetzt Strip-Jungle. Kannst du mit die Elytra gehen mit ein paar Raketen, dann flieh ich schnell zu einem Dschungel. Ich bin ein Gott, alter, holy shit. Sag ich mal so, ich hab nicht so viel Amor und Schalker in diesem einen Raum, wo ganz viele sie machen, ein bisschen viel Damage. Aber das ist nichts, was mich auffällt. Die Elytra ist drin, Basti. Bro, dass du diesen Weg auch gehst, ne? Alright, ich fliege. Auf geht's. Wir brauchen jetzt gleich noch eine Feder. Soll ich hier Brewings mitnehmen oder irgendwas, oder? Ich weiß nicht. Ja, musst du eigentlich nicht. Warte mal, ja, ich muss mich töten. Dschungel, 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 Dschungel. Alright. Strip-Jungle-Lock, gar kein Problem. Erledigt. Twisting-Mindes. Ähm, ja. Hast du auch ein paar Raketen für mich? Kann ich das letztlich mal drangeben? Ja, ich hab noch drei Gun-Porter. Ich brauch dich jetzt für Nether. Oder guck, dass du auf jeden Fall rauskommst, oder? Ich hol die zweite Lytra und dann ja. Okay. Korus-Früchte, oder was soll ich noch mitnehmen? Ja, Korus-Früchte noch. Ja, wenn du genügend Korus-Früchte hast, dann reicht das. Okay, ich seh'n Schicken. Äh, ja. Brush erledigt. Okay, das sind geile Items. Oh mein Gott. Ich geh' in den Nether. Ich hab' Looting-Dreischwert. Ja, sehr gut. Und du hast'n Elytra und die Hälfte meiner Raketen. Geil. Ich geh' jetzt in den Nether und kümmere mich um Twisting-Wines, wenn ich die sehe. Ähm, ist das ein Silk-Touch-Item, Glodichim? Schere. Also, du musst mit der Schere ab und nicht Schere heben. So, ich mache mir einen Crafting-Table und crafte orangenes Glas. Yippie. Also, wenn bei dir nicht mehr so aussieht, Skipp. Und anders bekommen wir den nicht, ne, den Skelett-Kopf. Ne, außer, ne, Charge-Creeper. Ach so, naja. Es hat ne Weile gedauert, Leute, aber das Set-Up steht. Und jetzt, nochmal, 28 Minuten Zeit. Ich glaube, ich hab' jetzt alles mitgenommen. Ich hoffe es. Guck mal, was ich jetzt erstmal habe. Wir brauchen Dias. Hast du, kannst du Dias vielleicht aus der, aus der N-City mitnehmen? Fünf Stück drin. Was brauchst du? Ne, ne, Diamond Hole gleich. Ja, perfekt. So, dann machen wir. Easy. Alright, ich töte mich ganz kurz und hole dann Höhle. Ich hatte irgendwo Glodlichen gesehen. Ich glaube, bei meiner Stronghold-Höhle. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell wieder finde. Ja, wenn, ist das auch nicht so schwer zu finden. Man muss ja, glaube ich, nur tief genug. Ich hab's. Schwack. Schere. Ich mach, äh, Diamond Dings. Ich hab Schere. Ich hab auch schon eine. Wow, es ist ein Traum. Alter, die haben Mob Endermite. Bambus ist spawnen, ne? Am besten. Ja, ich würde das Template skippen. Das ist halt, ähm... Ja, das müssen wir skippen. Das ist halt Ancient City. Wird zu lange dauern. Bambus mache ich. Kannst du skippen? Das Template? Ja, soll ich jetzt schon? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Direkt weg. Kannst du ja ein Candle. Also, das war nicht das ultra-seltene aus der Ancient City, aber das, äh... Checkt schon. Bambus habe ich. Grüne Schalker danach. Das ist geil. Ich würde... Ich würde mal rumfärben, ne? Ja, ich hole ganz kurz... Ich kann schon mal ein Kaktus melden. Ich bin direkt neben einer Wüste. Aber jetzt ist halt die Frage mit der Candle. Wir könnten am Spawn nach einem Bienennest gucken. Eventuell ist das geladen. Oder wir sagen, wir skippen. Weil es vielleicht zu lange dauert. Okay, Digger. Ja, bitte. Ich sag, meine Golfböcke bringen jetzt was. Digger. Ich würde einfach... Okay. Nein. Ich habe, ich habe, ich habe 100%. Nein. Bro, das wäre krank jetzt, ne? Oder mein Gefühl, ne? Der rührt doch. Ich war eins vor Skippen, ne? Hast du ein Bett? Nee. Zweite Perle. Nichts. Ja, pass mal auf, bis ich hier meine Sachen habe. Da sind auch schon Ende Prallen. Zwei tot. Digga, als ob die zwei geben können. Ja, Digga, die geben gar nichts, Digga. Ich glaube, die Shades sind von, jetzt sind mittlerweile eins bis vier oder so. Oder zwei bis vier. Warte, ich gehe einfach kurz pissen und gucke, was die droppen dann. Oh, wie sieht es aus? Ich gucke. Ja. Erst siebt Tag auf jeden Fall. Okay, geil. Come on. Und? Ja, ich finde noch nichts. Hm. Willst du mehr wie zu mir kommen? 5400, 300, bist du weit weg davon? Ja, sehr weit. Warum? Scheiße. Na, schauen wir mal. Du musst jetzt carry, Bro. Ich weiß, du carryst die ganze Zeit schon, aber jetzt nochmal. Acht Perlen, Bro. Also, hui. Uh. Halbe Herz. Ja. Hab, 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 hab. Ja? Yippie. Lammschild hab ich. Oh mein Gott, das ist crazy, ey. Ich muss nur drei Eisens melden und dann hab ich's. Ich will jetzt auch gucken, ob ich eine bekommen hätte. Nein, hätte ich nicht. Mach schnell jetzt, bitte. Ja, nee, das dauert eh noch ganz kurz. Ich muss jetzt, äh, Smoothstone, ich muss jetzt Zoom, äh. Ja, ich seh eins, ähm, beide nicht geladen. Ja, beide auf Null. Willst du aber, wollen wir aber dort bleiben? Weil, wenn wir nochmal brauchen, was du? Sind 20 Minuten schon realistisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würd sie jetzt hier auf jeden Fall ackern lassen. Das ist bei 950 und minus 730. Aber ich würds jetzt skippen. Ja, das ist okay. Oder warte, ich seh jetzt, ich seh noch eins, warte. Das ist aber auch... Boah, hier sind vier Stück Hilfe. Ich komm da einfach mit den Blumen gleich hin. Ich hab ein paar Blumen gebrannt. Ja, hier ist alles voll mit Blumen. Aber ich würd sagen, dass wir, äh, also ich skippe jetzt, ja? Ja, ja, ja. Alright, top. Ob Kordos haben wir und Mule. Äh, bei dem Dorf, wo du gerade warst, ist, glaub ich, ein Esel unten fährt. Okay. Ja, hier ist ein, ja, hier ist ein Esel. Ich hab, äh, ich hab sie auf jeden Fall in der Nähe. Sehr gut. Dann geh schon du, äh, geh du am besten schon in den Nether. Jede Sekunde, jede Sekunde hab ich's. So, ich crafte, crafte, crafte. Boom. Uuuuh, haben wir viele gemacht gerade. Hast du eine weiße Tulpe mitgenommen? Äh, weiße Tulpe hab ich. Oh mein Gott, geil. Purpurblock, ja. Äh, müssen wir skippen. Hast du. Stolzschaufel, geil, haben wir. Grüßt, Bamboo. Ja, dann komm ich jetzt. Ähm. Also. Oh, ich hab, wir brauchen, ich hab nen Bub dabei. Ich hab Streaks, ich hab Streaks. Hier. Ich leg, ich leg dir rein. Nee, mach du gleich für den. Digga, Rita, wir müssen das gewinnen. Hast du Lust? Ja. Hab Schaufel. Dried Kelb hol ich. Glitzernde Melonscheibe. Tot, oder? Ja, dafür brauchen wir nur Gold. Ja? Nein, 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 das ist super easy. Wir brauchen nur Goldnuggets. Ich hab Melonen. Hast du? Ja, okay. Äh, ich hab sechs Goldnuggets. Ich hol Nuggets. Ich hol Nuggets. Alright, beide kriegen Goldapfel. Heute ist euer schöner, euer bester Tag. Pferd und Esel ergibt. Mule. Haben wir. Hast du noch einen Quarter? Ähm. Wenn nicht, kein Problem, ich hab genug Quarz. Alles gut. Mach, mach, mach du mit Quarz. Kriegst du auch Crimson Holz hin? Natürlich. Alter, nach hinten raus holen wir gerade so gut die Zeit raus. Yellow Glazed Terracotta. Yellow Glazed Terracotta. Yellow Glazed Terracotta. Boom. Hab. Ja, okay. Wir können uns Zeit lassen für den. Äh, ne. Easy. Ich hab die. Ich hab den Netherite Block. Easy, Bro. Willst du? Ah, wir brauchen das Template. Oh. Oh, ja. Wir müssen halt ne Bastion looten. Ja, bist du im Nether oder so? Nee. Kannst du schnell rein? Dann würde ich nach dem Dripstone Block suchen. Ja, ich weiß halt nicht, wo dieses scheiß Portal am Spawn ist. So, 8 Terracotta. Haben wir Light Grey da? Da brauche ich Tintenfisch und Bohnmüll, oder? Ja, genau. Kannst du auch ne Oxydaisy Blume oder so, wenn du die da... Vielleicht siehst du die eher. Irgendeine weiß aussehende Blume. Ich kann ja bei schwarzen Farbstoff geben, wenn du den brauchst. Warte, ich glaube ich hab ne Oxydaisy. Okay. Oxydaisy ist aber nicht... Ist das Light Grey direkt? Ja, ist Light Grey. Ah, okay, super. Yellow Glazed ist drin. Magenta Terracotta. Wow. Ja. Dark Oak Sapling. Dann flieg maybe schonmal für Dark Oak. Weißt du wo? Hab ich vorhin... Ich hab vorhin Post Post gesehen, aber es war so 2000, 2000. Also... Es wird halt wahrscheinlich auch nochmal woanders sein. Oh, Pavo, das Ding ist so durch. Oh... Ja, skip. Ich skip, okay. Skip. 3, 2, 3, 2, 1. Oh, hell nah. Ja, komm, mach den Heuballen. Candle, weißt du, wo es die gibt? In Ancient City, mal lecker. Hahaha. Ultras down. Oh mein Gott, ich hab ein Bienennest vollgeladen hier am Spawn. Okay, das ist krass. Ja, dann skippen wir über das Geld und es können. Müssen wir. Ich mach keine Honigflasche, ja? Ja. Schade, hätte ich das vielleicht vorhin gefunden. Egal. Davon haben wir es. Ja, egal. Jetzt haben wir es halt, aber... Ich glaub, du musst auch... Ah, ich hab, ich hab. Aber ich weiß aber nicht, ob ich... Das wird ganz knapp, weil ich werd genau da vor Bruch landen. Na komm, drop. Boom. Cauldron, ja komm, ich skippen, oder? Ich mach Cauldron, ja. Es gibt... Dschungel-Sappling, ich bin im Dschungel. Ich hab Dschungel-Sappling in der Schalker. Holen. Black-Laced Terracotta. Ich habe kein Terracotta mehr. Das ist am Spawn. Ich töte mich schnell und lauf dahin. Ja, oder Clay halt, oder? Ja, oder... Ja, okay, ich mach Clay, ich mach Clay. Rote Bete hast du zufälligerweise nicht mitgenommen aus dem End, ne? Ja doch. Hast du for real? Ja. Digga, du bist der beste. Ich hab auch das Swiffing-Attempt bei dir, ne? Ja, das ist sehr, sehr gut. Nimm, nimm, nimm. Danke. So. Einmal so und dann jetzt nochmal das schwarze einmal durchsmelten. Leute, wir haben gesagt, lasst uns erstmal kochen die erste Stunde. Das ist ein Investment. Das hat sich so gelohnt. Ja, das hat sich sehr krass gelohnt. So. Ein LA. Karotte hatten wir dann. Chain, warte, mach ich. War bei deinem Outpost ein LA? Ja. Jetzt kracht's, jetzt kracht's. Outpost war in der Nähe vom Spawn. Ähm, ich könnte da hin. Aber ich weiß nicht mehr, ob da was zu holen ist. Ja, ich bin Drifter im Cave-Biom. W. Äh, ehrlich? Ja. Äh, wieso hast du nicht die Drifter Cave? Weiß ich nicht. Danke. Ich seh das, ich seh den Outpost. Ich hoffe, dass da LAs sind. Komm bitte, das wär jetzt so wichtig. Ähm. Es gibt kein, kein einziges Gefängnis. Was ist denn das Play? Was machen wir jetzt? Mit Elytra 9 suchen. Dann fahre mich der Wettercamp, oder? Ja. Aber Elytra auch nicht mehr so viel Durability. Äh. Ich guck, was ich finden kann. Ich hab, oh mein Gott. W. Was machen wir jetzt auf die vier Minuten? Weiß ich nicht. Jerem. Oh, Mann. Oh, natürlich. Hab wieder 30 Durability. Ich hab grad ne fliegende Babyschildkröte gesehen. Okay, ich bin in einer riesigen Savanne. Vielleicht kommt ihr nochmal ein Outpost. Ich bin auch in einer Savanne. Die Elytra ist mittlerweile kaputt. Aber wenig. Ich glaub, wir haben wirklich viele Items. Diese zwei Elytras waren krank, wirklich. Also die haben sehr viel gechanged. Ich will jetzt auch nicht den machen, oder so. Aber ich glaub, wir haben als Team in zwei Stunden so viel Items rangeholt, wie manche bei dem normalen Pedal. Wir hätten nichts besser machen können, Bro. Ich hab sechs Festtunen gefunden. Ne, wir hatten nur Pech. Wir hatten einfach Pech. Wir hatten generell auch echt Unlucky Items. Also da kann man nix... Da... Da muss man nix sagen. Das ist einfach... Unlucky gewesen. Einfach Unlucky gewesen. Bist du gerade deine Bash hin? Kriegst du das Item vielleicht? Ne, ne. Ist genau die gleiche, wo ich war. Ne, ich sag, wir haben gut geackert. Wir waren ein bisschen Unlucky, aber wir sind trotzdem gut dabei. Da ist nichts mehr zu holen, Vini. Aber ich würde sagen, wir können uns gratulieren zu einem doch stabilen Force Battle. Ich bin sehr gespannt, wie es in der Auswertung aussieht mit den anderen. Wir gucken uns an, wer es auf die drei geschafft hat. Es ist immerhin ein Treppchen. Hey. Ja, Treppchen. Entschuldigung. Ja, wer hat mehr Pick up? Juh, aber das ist gar nicht mal so wenig. Oh man, doch. Ein Pferderist, der dann einfach gejoggt hat nach einer Stunde, ist crazy. Wir haben sechs Festungen, sechs Festungen. Wir wollten immer nach einer Festung skippen. Wir haben immer eine neue gefunden, immer eine neue gefunden, immer eine neue gefunden. Bis wir irgendwie so zusammen zehn Festungen hatten und wir haben keine einzige Diamant Pferderüstung bekommen. Also 18 ist schon mal der Beginn. Ich bin sehr gespannt, wir sehen jetzt glaube ich nämlich auch schon direkt, wer das ganze gewonnen hat, indem wir uns Platz Nummer zwei angucken. Nein! Netherite Block ist krank, oh shit. 24. Die Tulp hat halt richtig gekracht. Wir haben 40 Minuten lang nachgesucht, nach einem Flower Forest und wir haben das in einem Plainstun gefunden. Und sonst halt, ja. Hupoblock und Endstun. Endsachen haben wir geskippt und Netherite Block, das sind die besten Sachen die wir skippen konnten da. Man unterschätzt halt, was eine Tulpe rein, also wie krass die rein schlagen kann. Dann nochmal Tulke. Ja zum Glück, ja. Ich habe alle Farben mitgenommen sofort. Alright, dann gucken wir uns mal ganz kurz an, was Vini und meine Wenigkeit noch herangeholt haben in zwei Stunden. Ich habe die Flex krachen bei uns. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ihr habt super lange dafür gebraucht, ne? Ja. Aber... Alter, das ging halt nicht... Mann, das war sozial. Och Mann. Aber Vini, du hast durchgespielt während Basti gesucht hat, oder? Ey, Glückwunsch! Ey, danke! Ja, war ein bisschen verwachsener als das. Also, zuerst hat Basti gesucht, aber dann hat er mir geholfen, Looting ranzuholen für Enderpellen. Und das Problem ist, ich habe ewig lange keine Festung gefunden. Dann haben wir beide gesucht. Dann haben wir beide gleichzeitig gefunden. Dann ist Basti wieder raus, weil er dachte, ich mache. Und dann bin ich gestorben einfach. Mann. Das war auch schwer. Dann habe ich die Blazes gemacht und ähm... Also, Cherry hat halt so lange gedauert, weil wir nebenbei halt Minecraft durchgespielt haben. Ja. Und... Wir haben die Endstone Bricks halt gesehen schon. Hat sich am Ende halt wirklich gelohnt, weil wir dann auch die Schalker brauchten. Die Schalker halt auch nicht skippen mussten. Also, wir haben sehr, sehr gut wirtschaften können mit den Skips. Dass wir zum Beispiel dieses Armor-Template dann wegskippen konnten. Dann haben wir dann auch die Kerze und dadurch halt einfach ganz viel Zeit gespart. Boah, Kerze gehen bei uns sogar echt schnell. Ich glaube, wir haben nur fünf Minuten gebraucht. Und wir mussten die Schalker auch nochmal färben. Also, deswegen hat sich die Schalker gelohnt. Und wir hatten zwei NCDs mit Shift direkt nebeneinander. Also, wir hatten zwei Lütren. Elytra hat gut gebockt. Und ich hoffe, euch hat das extreme Battle auf jeden Fall auch gebockt und hättet eine Menge Spaß. Wenn wir das Ganze noch ein weiteres Mal machen sollen. Vielleicht... No, ich habe immer wieder Bock. Eigentlich müssten wir das mal in wirklich, wirklich einer großen XXL-Variante machen. Weil dieses Battle mit noch mehr Zeit, mit meinetwegen noch größeren Teams würde sich halt wirklich glauben. Schaube lohnen. Können wir gerne häufiger machen, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten lasst ein Like da. Schaut bei allen Kanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin macht's gut. Haut rein. Haut rein. Und? Tschüssi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.